Wenn ich morgens hier reinkomme und all die Produkte ansehe, das muss alles heute raus. Es muss an den Kunden gehen. Ich finde das großartig. Ein Lächeln kommt auf mein Gesicht, wenn ich hier herumlaufe und sehe, dass alles reibungslos funktioniert. Ich sehe, dass jeder damit beschäftigt ist und weiß worum es geht. Wir brauchen Logistik für alles. Der ganze Prozess, Produkte zu Menschen zu bringen, sie in die Läden zu bringen, fasziniert mich. Ohne Logistik kommt alles zum Stillstand. Wir bewegen nicht nur Kisten, wir arbeiten mit echten Produkten. Letztendlich gehen sie an einen Kunden und machen ihn glücklich. Das Produkt hat einen langen Weg hinter sich und ist jetzt hier im Lager. Es wird an jemanden verschickt, der seine Freude damit haben wird. In dieser Box kommt also alles zusammen. Das Produkt kann dieses Lager verlassen, wenn es gut ist, wenn es sicher ist, wenn es gut aussieht und unter guten Bedingungen produziert wurde. Nur dann kann es dieses Lager verlassen.